Pinienrindenextrakt gegen Hämorrhoiden oder Stauungen in den Blutgefäßen sowie Krampfadern? Mehr dazu jetzt. In einer Doppelblindstudie mit 84 Frauen ist es ein Unglaubliches, was die Wissenschaft dort erfahren hat. Und zwar haben nach weniger als einer Woche tatsächlich alle Frauen, die sogar blutige Hämorrhoiden hatten, plötzlich keine Blutungen mehr in den Hämorrhoiden und auch alle weiteren Symptome, sprich die starken Schwellungen der Hämorrhoide, haben stark nachgelassen. Also ein eindeutiges Ja aus der Wissenschaft. Aber wie kann das sein? Ganz einfach, es liegt am Wirkstoff in der Pinienrinde und der nennt sich Pygnol. Pygnol ist in der Lage, Stauungen in den Blutgefäßen zu reduzieren. Das ist vor allen Dingen für alle diejenigen interessant, die unter folgenden Symptomen leiden. Krampfadern oder auch Menschen, die die Krampfader haben, gerade es ziehen lassen. Gefäßstauungen, Schwellungen der Beine und selbstverständlich für diejenigen, die Hämorrhoiden haben. Wenn du mehr Informationen zu dem Thema haben möchtest, dann schau dich einfach an.